Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Wer mich nicht kennt, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und hier gibt es alles rund um das Thema VR. Egal ob Gameplay-Aufnahmen, Gameplay-Live-Streams, eine News-Sendung, die jeden Dienstag startet um 20.15 Uhr, wo der Chris Reality mit dabei ist und auch mal der ein oder andere Gast. Ja, dann natürlich Hardware-Videos, alles was ich so kaufe, was ich bekomme. Ja, seht ihr hier auf meinem Kanal, egal ob es die VR-Optika-Linsen sind, die ganzen Modi-Cap-Sachen, die ich teste und ja, egal, ich habe auch schon mal Kiwi-Sachen getestet, die ProTube-Sachen, die ich teste und ja, das alles hier auf meinem Kanal und ja, ich habe lange überlegt, wie ich dieses Video hier mache, wie ich die ganze Sache angehe und ist halt ein, ja, ziemlich schwieriges Thema meiner Meinung nach, aber ihr seht hier immer den richtigen Sebastian, also so wie ihr mich hier seht, bin ich auch in Real Life und die Leute, die mich kennen, die können das wahrscheinlich auch bestätigen und ja, ich möchte einfach ja, geradeaus raus damit. Ich habe gemerkt, dass in der letzten Zeit finanziell es immer schwieriger wird, aktuell zu bleiben auf meinem Channel, egal ob es Spiele sind, die mega teuer sind, egal ob es die neueste Hardware ist, VR-Hardware wie, ja, die Quest 2 habe ich ja zum Glück durch Community-Spenden ein bisschen vergünstigter bekommen, also nochmal vielen, vielen Dank dafür und egal ob es die G2 war, alle anderen Sachen kann ich mir einfach nicht leisten momentan, ist einfach nicht drin, dazu ist die private Lage halt, gibt es das einfach nicht her und ja, jetzt habe ich mir gedacht, eventuell hat ja der eine oder andere Zuschauer da draußen Bock, mich zu unterstützen finanziell und jetzt habe ich die Patreon-Seite ins Leben gerufen und ja, Mitglied könnt ihr eh schon länger werden auf meinem Kanal, aber ich habe es noch nie so wirklich aktiv beworben oder ein einzelnes Video dazu gemacht und ja, deshalb dieses Video jetzt hier, dass ich mal wirklich aktiv dafür werbe und mal schauen, was dabei rumkommt. Ich hoffe, es lohnt sich und ja, vorab erstmal, ich möchte hier auf meinem Kanal kein Pay-TV-Sender werden, ähm, es soll keine extra Mega-Perks geben für Leute, die jetzt mich finanziell unterstützen, egal wie hoch der Beitrag jetzt wird, es soll einfach nur eine Unterstützung erstmal sein für mich. Natürlich werde ich die Leute auch, ähm, äh, in meinen Streams oder Aufnahmen erwähnen, ich werde eventuell dann immer mal wieder, ähm, am Ende des Videos die Namen laufen lassen, äh, um die Unterstützer zu würdigen, das, äh, muss man, sollte man natürlich machen und, ähm, ansonsten möchte ich jetzt keine Videos extra machen, wo, äh, es nur spezieller Content ist für, für diese Unterstützer, sag ich mal, wenn es ein Gameplay gibt, äh, was dann kein anderer sieht, nur die Unterstützer, das möchte ich natürlich nicht. Ähm, was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich halt einfach, wenn ich ein Video hochgeladen hab, was erst in zwei, drei Tagen rauskommt, dass die Unterstützer das vorab bekommen, den, den Link, äh, dazu und das vorab sehen können, ansonsten, äh, kriegen die erstmal keine großen Gimmicks, sag ich mal, und, ähm, ja, was dann eventuell noch dazu kommt, dass ich vielleicht mal das ein oder andere Video hier mal so drehe, ein bisschen einfach nur frei rauslabere, aber, äh, das weiß ich noch nicht, ich muss mal schauen, wie ich das Ganze dann, äh, bewerkstellige. Seht's aber bitte erstmal nur als Unterstützung, äh, ihr kriegt keinen, ähm, Sonderrang oder sonst was, außer wenn ihr YouTube-Mitglied werdet, aber da gucken wir gleich mal drauf, äh, da gibt's halt von YouTube so ein paar Gimmicks. Und, äh, ja, wie gesagt, ich, äh, ich merke halt, dass, äh, ich finanziell den anderen natürlich hinterherlaufe, die eine große Community haben, die, äh, eine gute Patreon-Seite haben, die, weiß ich nicht, vier bis 800 Euro im Monat bekommen, die, äh, sagen können, ja, ich kauf mir jetzt die G2, ich kauf mir die neueste Grafikkarte, die 3090er, ich kauf mir das, ich kauf mir das, ähm, den Spielraum hab ich halt nicht, auch, ähm, privat hab ich den leider nicht mehr, ähm, ihr habt ja wahrscheinlich alle mitbekommen, was letztes Jahr so um der, um der Zeit los war bei mir, und, äh, ja, da hat sich natürlich durch diese Scheidung finanziell viel geändert und, äh, ja, deshalb kann ich das halt nicht mehr so, ja, komm, ich kauf mir jetzt mal ne Quest, ich kauf mir jetzt hier mal die Rift S und so weiter, was vorher halt ging, geht jetzt halt nicht mehr. Nichtsdestotrotz, äh, mach ich meinen Kanal hier mega gerne, äh, auch wenn's jetzt nicht gut ankommt bei der Community und, äh, ich keine große Unterstützung bekomme, werde ich natürlich meinen Kanal hier weitermachen, ähm, es macht mir mega viel Spaß, die ganzen Livestreams zu machen, die News-Sendung macht mir mega viel Spaß, möchte mich auch nochmal bei allen Leuten bedanken, die bei der letzten News-Sendung so mega geil gespendet haben, also vielen, vielen Dank, also bei der, äh, S02 Folge 6, äh, wo der Patrick und der Zitronas dabei waren, also da kam ja eine Spende nach der anderen rein, also, mega, Wahnsinn, vielen, vielen Dank nochmal und, ähm, ja, wenn's gut ist, ankommt, wird's für mich natürlich auch einfacher, äh, ich hab mir jetzt ein extra PayPal-Konto auch eingestellt, äh, nur für den, oder eingerichtet, nur für den YouTube-Kanal, alles, was ich an Spenden bekomme und, äh, Patreon und so weiter, geht auf dieses, äh, PayPal-Konto und alles, was ich kaufe, geht auch davon ab, dann, äh, hab ich einen ganz guten Überblick, alles, was da, äh, plus drauf ist, wird komplett hier in diesen Kanal einfließen und, ähm, ja, ihr wisst wahrscheinlich selber, Spiele sind teuer, VR-Heads sind teuer, Grafikkarten sind teuer, ich bräuchte eigentlich mal eventuell eine neue Kamera, das wär, äh, ja, nice, nice to have, sag ich mal und, äh, egal was, also, ich hab ja auf meinem Kanal noch keinen Plus gemacht, äh, da bin ich sehr, sehr weit von weg, auch wenn ich in diesem YouTube-Partnerprogramm bin, aber machen wir uns nix vor, mit 1.200 Abonnenten macht man da nicht viel und, äh, ja, da bin ich ein bisschen auf eure Spenden angewiesen, aber ich möchte euch jetzt hier nicht mitteilen, oh, wenn ihr jetzt nicht spendet, wird's meinen Kanal hier nicht mehr geben, ähm, Tupac VR stirbt dann, also, nein, auf keinen Fall, es geht hier definitiv weiter, aber mit eurer Unterstützung würde das Ganze natürlich einfacher werden, sag ich mal und, ja, das erstmal dazu. Kommen wir mal ganz kurz zu, äh, der YouTube-Seite von mir und, äh, ja, da seht ihr schon, das ist die letzte News-Sendung, ne, die S026 und hier gibt's einen Button jetzt, Mitglied werden, den gibt's schon länger, aber wie gesagt, ich möchte jetzt mal wirklich aktiv drauf eingehen und werben und wenn ihr da drauf klickt, ähm, seht ihr ja nur eine Gruppe, eine Gruppierung, das ist die Supporter-Gruppe für 1,99 und ich hab, ähm, extra nur eine Gruppe hier eingerichtet, weil YouTube natürlich auch sehr viel, ähm, an, an Prozenten von den Leuten fordert, sag ich mal und Patreon ist da so ein bisschen, äh, ja, gnädiger und deshalb soll's hier einfach nur eine kleine, günstigere Variante geben, äh, um mich zu unterstützen. Hier bekommen, äh, Fans noch Logos von wie lange die Zeit, äh, auf meinem Kanal ist oder wie lange ihr schon Unterstützer seid und dann gibt's nochmal extra, so, Emojis, die ihr dann nutzen könnt in Livestreams, da kommen eventuell in der nächsten Zeit noch ein paar Sachen dazu und, ähm, wenn's gut anläuft, ja, wie gesagt, wenn ihr mich hier unterstützen möchtet, könnt ihr das tun, einmal hier Mitglied werden und, äh, ja, wie gesagt, da gibt's dann Community-Tabs nur für die Kanalmitglieder und wenn's dann mal ein Video, äh, früher hoch geht als, ähm, ja, als gewünscht, sag ich mal, oder als geplant, dann kriegt ihr da schon mal vorab den Link, das ist, äh, ja, ein kleines, kleines Gimmick für euch, aber auch nix der Rede wert, sag ich mal, ne. Ja, dann gibt's hier nochmal die, hier den Patreon-Link, dann gibt's hier auch mal Tippy-Stream, da könnt ihr draufdrücken, wenn ihr auch während des Livestreams, äh, spenden möchtet, könnt ihr natürlich auch ohne Livestreams spenden, aber dann werdet ihr ja nicht angezeigt im Livestream, dann gibt's nochmal den Amazon-Athlet-Link, wenn ihr irgendwas bei Amazon beziehen wollt, könnt ihr das darüber machen und hier gibt's nochmal diese PayPal-Spenden-Seite und, äh, ja, dann haben wir einmal die Patreon-Seite und das sind so meine Sachen, die ich jetzt hier so, ja, ins Leben gerufen habe, die ganzen Level, das ist einmal die Supporter-Gruppe, dann die Medic-Gruppe, Warlock, Titan, Ehrengast und Goldständer, ja. Ich sag mal, Supporter und Medic kennt jeder aus dem Shooter-Bereich, Warlock und Titan, äh, gibt's von Destiny, das ist auch ein Spiel, was ich sehr lange gespielt habe, kein VR-Game und, ja, Ehrengast, äh, sagt halt alles aus und Goldständer, jeder kennt wahrscheinlich aus den Powers, da ist mir das dann so eingefallen. Ja, Leute, das sind, äh, die Level, die ihr hier euch sichern könnt, um mich zu unterstützen, meinen Kanal, äh, ja, zu unterstützen und egal, ob's 1€ ist oder ob's die 6€ sind, die 9€, 50€, ist egal, ich bin um jede Spende pro Monat dann halt auch wirklich dankbar und, äh, ein, ähm, ein Supporter hab ich schon oder einen Ehrengast sogar, das ist der Anubis Extreme, der ist auch gleichzeitig Kanalmitglied als Erster, also der hat sich die Kanalmitgliedschaft als Erster gesichert und dann nochmal die Patreon, äh, Ehrengast als Erster gesichert, also vielen, vielen Dank, Anubis, also mega, du hast auch letztens in der Newsendung so geil gespendet, also, einfach Hammer, da fällt mir echt nicht mehr zu ein und, äh, ja, da bin ich echt mega dankbar für und, ähm, ja, in jeder Kanalbeschreibung gibt's auch nochmal, äh, die Gruppierung Spenden und Unterstützung und da gibt's auch nochmal einen Protube Affiliate-Link, ähm, wenn ihr bei Protube irgendwas bestellen wollt, könnt ihr das darüber auch machen, kostet euch nichts, genau wie der Amazon Affiliate-Link, ihr unterstützt mich aber mit einer kleinen, äh, Prozentspende dadurch und, äh, ja, alles das ist, äh, was mich weiter unterstützt, was mir, äh, was mich weiterbringt, sag ich mal, finanziell und, ja, den Spielraum vom Tupac VR, sag ich mal, äh, vergrößert und, äh, ja, ist halt, äh, ein schwieriges Thema, ich hab auch echt lange überlegt, wie ich das hier angehe, aber, äh, ja, ich geh's jetzt auf meine Sache an und, äh, ich hoffe, es kommt gut bei euch an, ähm, ich hoffe, ähm, die Unterstützer mehren sich, sag ich mal und, äh, sich so, ähm, ja, ne kleine, einen kleinen Beitrag, äh, Betrag im Monat, äh, sicher habe, wo ich ein bisschen mit, mit auch planen kann, das wäre echt nice, aber, wie gesagt, wenn's nicht der Fall ist, dann gibt's Tupac VR weiterhin, aber, ähm, ich häng halt hinten dran, was in Konkurrenzdenken gegenüber den anderen Kanälen halt ist, ne, die, die ihre 9 bis, weiß ich nicht, 50.000 Abos haben, ähm, da kann ich halt nicht mithalten, ne, das ist ganz klar und, äh, ja, meistens kriegen nur die großen Kanäle finanzielle Unterstützung, das ist leider oft so, die, äh, gar nicht so große Unterstützung mehr brauchen, die schon von YouTube, äh, schon ziemlich, äh, gut unterstützt werden, sag ich mal, durch die ganzen Klicks und, äh, ja, das sieht man ja immer bei den großen, richtig großen, auch Flatgamern oder so, die schon eine Million haben, was da Spenden reinkommen, Wahnsinn, und dann gibt's echt kleine, coole Kanäle, äh, die auch, ähm, Unterstützung bräuchten und, ja, die kriegen halt keinen, auch bei Twitch seh ich sowas immer und, äh, mein Twitch-Sub bekommt auch immer irgendein kleiner Twitcher, äh, ich hab ja auch dieses Amazon Prime und, ja, ähm, warum sollte ich das irgendeinen großen Typ geben, ähm, der eh schon Geld ohne Ende hat, da gibt's jetzt lieber einen kleinen Kanal, der wirklich, äh, sich auch daran freut und, ja, das ist so meine Einstellung dazu, kann aber auch jeder halten, wie er möchte, ja, Leute, das war's erstmal für dieses, ähm, ja, Spenden-Supporter-Video, sag ich mal, Unterstützer-Video, ähm, ich bedanke mich nochmal gerecht herzlich an alle Leute, die mich so toll unterstützen, egal, ob sie jetzt abonnieren, Like dalassen, Kommentare, äh, geben, äh, Spenden geben. Ihr seid echt mega, es ist eine richtig geile Community, ich hab's, äh, schon öfter gesagt, gemerkt, äh, aber ihr seid echt der Hammer und, äh, mich freut das und deshalb mach ich diesen Kanal auch weiter, äh, ja, weil's einfach Bock macht. Es macht mir Spaß, Content für euch zu kreieren, die ganzen Horror-Livestreams, die ich schon mal mache, wo ihr dabei seid, wo ich alleine niemals auf die Idee kommen würde, so ein Horrorspiel zu spielen, mit euch, mit eurer Hilfe schaff ich das, diese, diese Horror-Szenarien durchzumachen. Und, äh, ja, ich hoffe, es, ähm, kommt auch bei euch gut an und, ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen möchtet, macht das gerne und, äh, wenn ihr das selber nicht könnt, ist auch okay, dann lasst mir einfach ein Abo da, Like kostet auch nix und, äh, hilft meinem Kanal aber auch weiter. Und, äh, ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, für eure Geduld und, äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.